Idee, Plan, Action. Der Smart-Up-Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Smart-Up-Podcast. Idee, Plan, Action. Heute geht es um Nachhaltigkeit. Ein grosses Wort, ein komplexes Thema. Immer mehr Menschen ist eine bewusste, nachhaltige Lebensweise wichtig. Sei es, wenn es um die Ernährung geht, um die Mobilität oder um die Produkte des täglichen Bedarfs. Auch immer mehr Unternehmen bauen ihr Konzept auf Nachhaltigkeit auf, um eine spezifische Zielgruppe zu ansprechen. Eines davon ist Nikin. Angefangen hat als 2016 mit der Idee, für jedes verkaufte Produkt einen Baum zu pflanzen. Darauf ist mit der Zeit eines der bekanntesten nachhaltigen Modelabels der Schweiz geworden. Robin Gnehm, einer der Gründer von Nikin, erzählt uns heute, warum ihnen Nachhaltigkeit so wichtig ist und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind. Robin, herzlich willkommen beim Smart-Up-Podcast. Hallo, danke. Nikin ist ein Schweizer Modelabel, das sich zur Aufgabe gemacht hat, nachhaltige Mode bezahlbar zu machen. Robin, ihr habt 2016 Nikin gegründet und habt durch den Verkauf von euren Produktmitteln über 1 Mio. Bäume anpflanzen können. Wie ist es zu dieser Idee gekommen? Ja, wir sind zwei sehr enge Freunde. Wir kennen uns schon sehr lange, Nikolas und ich. Und wir sind zusammen auch aufgewachsen. Mein Bruder ist der Göttibut von seinem Vater. Und wir sind auch zusammen in die Pfade eingegangen. Wir sind also sehr verbunden mit der Natur. Wir sind so Naturbursche, sehr gerne verrossen. Früher schon sehr viel im Wald verbracht, sehr viel Zeit. Und ja, wir haben uns um 16 Uhr getroffen und gefunden, wir wollten irgendetwas machen, wir hatten keine Ahnung, was. Wir haben uns zum Bier getroffen und ich bin dort eben gerade von Kanada nach Hause gekommen. Ich habe dort einen Sprach-Austausch gemacht und auch eine Reise, ich bin gereist alleine umeinander. Und ich war einfach inspiriert von diesen Wäldern dort, von den hohen Bäumen. Und die Weiten hat mich sehr fasziniert und ich habe dort schon irgendwie so ein Logo im Kopf entwickelt von diesem Baum. Und ich habe gewusst, irgendwann möchte ich das Logo irgendwann immer drauf bringen. Und als wir uns dann zum Bier getroffen haben, haben wir ein wenig gewährleistet, was wir machen könnten. Wir haben gewusst, wir wollten irgendein Produkt machen, haben mit Bienis starten, mit diesen Winterkappen. Und dort ist die Idee nachher mit dem Baumlogo, die bei mir im Kopf war, gekommen. Und wir haben gewährleistet, ja was wollen wir, einfach ein Bieni mit einem Baum drauf. Ja, dann sind wir ein Bieni von Millionen anderen Bienis, die es gibt. Und dort ist nachher die Idee entstanden, hey, lassen wir doch für jedes Produkt einen Baumpflanzen. Weil wir haben gefunden, irgendwie Baumpflanzen, es gibt irgendwie niemand, der das nicht cool findet. Und wir selber eh als Pfader, als Natur-Enthusiasten, haben gefunden, das ist eine gute Idee. Und ja, am Anfang sind wir ein bisschen belächelt worden für die Idee. Auch zu Hause am Tisch, wenn ich erzählt habe, ich bin immer am Laptop gewesen, und habe die Idee gemacht, bei der Vorbereitung, wo wir den Start vorbereitet haben. Und sie haben gefragt, was wir hier machen, sind irgendwie nicht recht daraus gekommen. Und dann haben sie auch leicht belächelt vielleicht. Aber schlussendlich hat sich herausgestellt, dass die Idee wirklich sehr weit gut angekommen ist. Jetzt im Vorgespräch hast du erzählt, dass die Herstellung von einem Produkt eigentlich nicht von Anfang an nachhaltig gewesen ist. Genau, also wir haben es wirklich eigentlich mehr wegen dem Baum gemacht. Wir haben es cool gefunden, Bäume zu pflanzen, so viel wie es geht. Eigentlich weniger an die Nachhaltigkeit dabei gedacht. Auch bei den Produkten haben wir, wir haben in 5'000 Franken gestartet, bis jetzt eigentlich nie Fremdkapital bekommen. Wir sind eigentlich von Anfang an in den schwarzen Zahlen gewesen. Halt auch, ja, weil wir sehr klein gestartet haben und einfach mal gemacht haben. Mit diesen 5'000 Franken haben wir uns aber keine Produkte leisten, die in Europa hergestellt waren oder sowas. speziell nachhaltige Materialien waren und so haben wir gestartet. Und es war uns auch gar noch so bewusst, die nachhaltige Kleiderbranche. Und mehr und mehr, wo auch der Kundenstamm gewachsen ist, haben immer mehr Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, ihr pflanzt Bäume und nebenbei haben wir Aberbinis und andere Produkte, die aus Asien kommen, irgendwie, das passt doch nicht zusammen. Und das ist uns immer mehr bewusst geworden, auch bei unserer Community. Und wir haben uns dann selber einfach mal überlegt, ja, was heisst das überhaupt, Nachhaltigkeit? Ich meine, wir beide hatten null Ahnung von der ganzen Kleiderindustrie. Wir haben einfach irgendwie angefangen, einfach gestartet und alles selber ein bisschen gelehrt. Und haben uns zuerst mal ein Bild machen müssen, was heisst das überhaupt. Dass zum Beispiel eben in Asien produzieren, dass das mit weiten Wegen verbunden ist. Und wir haben so auch entschlossen, dann möglichst alles in Europa zu produzieren. Einfach, um den Weg zu sparen. Wir wollten es auch nicht einfach CO2 kompensieren, weil das ist für uns wie so ein bisschen Kauf-dich-freie-Karte von Monopolis, gutes Gewissen kaufen. Das wollten wir nicht machen und darum haben wir gesagt, wir werden in Europa produzieren. Wir haben dann ein bisschen umgeschaut, was gibt es überhaupt für Materialien, die nachhaltig sind. Dann haben wir gemerkt, okay, Biobaumwolle ist besser als Baumwolle. Dann kann man recycelt Polyester brauchen, wenn es irgendwo nötig ist. Und so haben wir uns ein bisschen das reingelesen und selber eigentlich unsere Erfahrungen gemacht. Und haben dann gemerkt, wir können nicht vom einen auf den anderen Tag einfach nachhaltig sein, sondern haben gemerkt, Nachhaltigkeit ist ein riesiger Prozess. Es wird von allen ein bisschen anders auch interpretiert. Also haben wir uns dann selber unseren nachhaltigen Weg eigentlich erstellt und folgen dem seitdem eigentlich. Also ja, es war ein Lernprozess für euch persönlich, für unser Unternehmen. Und wie ist jetzt heute eure Philosophie betreffend Produktion, Nachhaltigkeit, was bedeutet das für euch? Ja, wir werden oft gefragt, ja, ist das, was wir machen, nachhaltig schlussendlich? Und wir sagen immer offen und ehrlich, wenn du komplett nachhaltig bist, dann kauf deine Kleider als Secondhand oder kauf gar nichts. Sprich, also auch wir wollen verkaufen, wir sind keine Non-Profit-Organisation, aber wir wollen es wenigstens so gut wie möglich machen, so nachhaltig wie möglich. Und das sind wir seit Anfang eigentlich Step-for-Step am Verbesseren. Wir haben sehr viel umsetzen können. Wir sind selber zum Beispiel GOTS-zertifiziert. Das ist ein Label für Bio-Fasern. Das ist eines der bekanntesten. Und da haben wir uns zertifizieren können. Wir haben auf dem ganzen Weg auch mit den Herstellern, die wir schon seit langem zusammen arbeiten. Die können dazu bewegen, auch nachhaltiger zu werden. Ein paar von denen haben sich selber sogar GOTS-zertifizieren lassen. Und so haben wir, ja, mit recht vielen Herstellern, die wir als Partner anschauen und nicht einfach als unsere Hersteller. Ich denke, das ist auch etwas mega Wichtiges, um nachhaltig zu sein. Dass man gute Partner hat, auch Vertrauen hat in die. Und einander auch gegenseitig hilft. Das hat in der Corona-Zeit sehr geholfen, dass wir gute Partnerschaften hatten. Ich glaube, das gehört auch etwas zu unserer Philosophie, dass wir, ja, wir wollen auch die Hersteller wie Partner behandeln und nicht einfach als solche Hersteller. Genau. Ja, nein, und es ist ja auch ein anderer Approach. Also, es gibt verschiedene Approaches, die man hier wählen kann. Man kann sagen, wir wollen ein 1000% nachhaltiges Produkt, das sich 0,01% der Leute leisten kann. Oder man kann sagen, wir möchten eigentlich auch nachhaltige Produkte für eine breitere Masse schaffen. Und vielleicht auch damit und zu einem Umdenken in der Gesellschaft beitragen. Genau, das ist eigentlich genau das, was wir machen wollen. Wir wollen zeigen, man muss nicht perfekt sein, um die Welt zu verändern oder besser zu machen. Aber es reicht, wenn eine grosse Masse ein bisschen die richtige Richtung geht und ein bisschen nachhaltiger durch den Alltag durchgeht. Es geht nicht nur um Kleider. Man kann sich in so vielen kleinen Bereichen ein bisschen verbessern, ohne dass man das ganze Leben auf den Kopf stellen muss. Und das wollen wir genau auch mit unserem Brand zeigen, dass es mir nicht perfekt sein muss. Und wir sind längstens auch nicht perfekt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ein Prozess, der bei kleinen Sachen anfängt, wie bei Recycling, bei Abfalltrennen, oder mal anstatt eine Petflasche eine eigene Flasche mitnehmen. Das sind wirklich die kleinen Sachen und den Stall, die wir auch verkörpern wollen. Wir haben auch Produkte. Wir haben überall kleinere Kompromisse auch drin, dass wir die Produkte auch zu einem bezahlbaren Preis anbieten können. Wir haben das Gefühl, wenn nachhaltige Mode einfach nicht zu kaufbar ist oder weil es einfach zu teuer ist, hat es fast keine Chance, auch massentauglich zu werden. Und dann wollen wir wirklich mit unseren Kleidern auch entgegenwirken und versuchen, einen möglichst fairen Preis dem Kunden anzubieten, ohne dass wir irgendwie bei den Herstellern drücken müssen. Das können wir machen, weil wir direkt einkaufen, nicht über Agenturen und auch über 95% direkt weiterverkaufen, über keine Zwischenhändler gehen, wo wir auch wieder den Marsch verlieren würden. Und so können wir uns das leisten, sehr faire Preise anzubieten, dass sich das auch jeder leisten kann. Du hast diese Kompromisse angesprochen. In den Medien, auf Social Media sind es oft die Brands oder auch Influencer, die kritisiert werden, die sich für ein nachhaltiges Leben einsetzen, aber das vielleicht nicht in jedem Bereich zu 100% durchziehen, wie sie einfach auch Menschen sind und Unternehmen sind. Während dortige, die überhaupt keinen Wert auf Nachhaltigkeit legen, die sind nicht mit so einer Kritik konfrontiert, spüren ihr das auch? Ja, wir spüren es schon, aber ich glaube, es ist absolut so, dass die, die sagen, sie sind nachhaltig, sind viel eher auf der Zielscheibe. Und das finde ich genau das Schaden, weil die, die sagen, sie sind nachhaltig, die machen ja auch in der Regel etwas Nachhaltiges. Und jeder, der irgendwie in die Richtung geht, denke ich, geht in die richtige Richtung. Und das soll man doch feiern eigentlich und nicht irgendwie kritisieren. Und ich meine, bei jedem Unternehmen, beim nachhaltigsten Unternehmen, findest du Punkte, die nicht nachhaltig sind. Und das finde ich auch immer schade, wenn Kritiker irgendwie von diesen 90 guten Punkten, die 10 schlechten Punkte gehen, wirklich suchen und nachher diese gross aufhängen. Und das andere, alles Gute, was du machst, wird dann wie ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und das ist genau schade. Ja, man sucht Fehler, aber das war, glaube ich, schon immer so. Ja, das ist schon ein bisschen, leider wird es menschlich, oder? Die ursprüngliche Idee mit dem Abpflanzen von den Bäumen, ist das inzwischen ein bisschen in den Hintergrund zu retten, oder kaufen eure Kunden wirklich noch wegen dem eure Produkte? Ich glaube, es ist nicht ein Hintergrund, aber es sind noch andere dazukommen, andere Aspekte. Und das ist genau, dass wir eine grosse Masse eigentlich, ja, Influenzen sozusagen, oder inspirieren, besser gesagt, oder nicht, um einfach ein bisschen nachhaltiger zu erleben. Und das machen wir eigentlich in jedem Bereich bei uns, nicht nur mit den Kleidern, nicht nur mit dem Baum. Der Baum ist zwar ein gutes Symbol für eine gute Tat, oder in die richtige Richtung gehen, aber es geht schon längstens nicht mehr nur um den Baum, sondern es ist wie etwas Größeres entstanden, eine grosse Community, die wir haben inspirieren oder einen Teil davon haben können. Und das ist sehr schön und das ist auch das, was wir als Hauptgedanke machen wollen. Und dann können wir möglichst viele Leute erreichen und die die richtige Richtung pushen. Ist bei euch im Unternehmen, im unternehmerischen Handeln, Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen? Das heisst, wenn es um Zusammenarbeit geht, Umgang mit den Mitarbeitern, ist das dort auch ein Thema? Ich glaube, das ist voll in unserer DNA, auch unbewusst so gewesen, als wir das gegründet haben. Wir waren schon sehr auf der gleichen Ebene, also ein bisschen menschlich. Und das ist bei uns wie, wir haben das gar nicht gesucht, sondern es ist einfach so passiert. Wir konnten eine Firmenkultur aufbauen mit unseren Mitarbeitern, die sehr familiär ist, die auf einer sehr menschlichen Ebene basiert. Und das ist etwas, das wir einfach selber für eine Richtung halten. Und so ist es eigentlich bei allen Sachen, die wir machen. Überlegen wir uns, wie kann man das? Oder wir müssen es uns nicht einmal überlegen. Wir denken einfach gerade, hey, das müssen wir einen nachhaltigen Weg machen können. Wir haben zum Beispiel, alles, unser Druckerpapier besteht aus baumfreiem Papier. Also es sind Zuckerrohrabfälle von der Industrie, wo Zuckerrohr oder Zucker produziert wird. Und das sind für uns irgendwie so normale Sachen, die wir einfach so machen, weil wir es für eine Richtung halten. Und das zieht sich eigentlich von A bis Z durch, dass wir immer versuchen, den nachhaltigsten Weg zu finden. Was ist der langfristige Plan? Wo soll es hingehen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Uns gibt es erst seit fünf Jahren. Die Leute fragen uns oft, wo ist Niken in fünf Jahren? Wir planen nicht so weit hinaus, ehrlich gesagt. Wir schauen maximal die nächsten zwei Jahre an. Aber auch dort ist noch sehr viel Spielraum. Wir sind sehr flexibel unterwegs. Wenn irgendeine Idee aufploppt, wenn wir sie eine gute finden, dann gehen wir diesen nachher. Also es kann sehr vieles passieren in der Zukunft. Wir haben keine konkrete Pläne. Was klar ist, wir wollen als Brand weiter bestehen. Wir wollen unseren Namen noch mehr verbreitern. Auch in Europa. In der Schweiz haben wir es ziemlich weit erreicht. Jeder, der etwas mit Bäumpflanzen oder nachhaltigem Leben zu tun hat, hat uns mindestens einmal schon irgendwann gesehen. Und das wollen wir jetzt auch in Europa noch mehr erreichen. Vor allem im Dachbereich, wo wir jetzt mittlerweile auch schon einen recht grossen Kundenstamm haben. Aber dort wollen wir jetzt auch noch mehr Fokus darauf legen. Und natürlich einfach noch viel mehr Bäume pflanzen können. Es bleibt also weiterhin spannend für euch. Jetzt haben wir sehr viel über Nachhaltigkeit geredet, über Bäumpflanzen, über dich. Und Niken haben wir jetzt noch weniger erfahren. Und das ändern wir jetzt mit unserer sogenannten Blitzrunde. Ich stelle dir drei Fragen. Und das Ziel ist, dass du sie so kurz und prägnant wie möglich beantwortest. Was ist dein Lieblingsbaum? Mein Lieblingsbaum ist die Arfe. Ich liebe den Geschmack der Arfe. Wenn irgendwo ein Möbel aus dem Arfenholz steht, dann gehe ich fast runter. Ich muss immer daran schmecken. Also du musst ein paar Arfe pflanzen, damit du sie dann aus dem Arfenholz schmecken kannst. Wenn du heute nochmal ein Unternehmen gründen würdest, was wäre es für das? Ich habe sehr viele Ideen, ehrlich gesagt. Ich sehe mich selber auch als Töftler und Erfinder. Ich denke, es wäre wieder irgendetwas der richtige Nachhaltigkeit, aber wahrscheinlich eher etwas Technisches, ein Produkt, das ein bisschen technischer ist. Und was braucht es, um als Gründerin, als Gründer erfolgreich zu sein? Positive Grundeinstellung. Weil Glück kann man nicht erzwingen. Oder mal eben gleich ein bisschen. Glück kann man ein bisschen erzwingen durch eine positive Grundeinstellung und eine offene Art Ja sagen zu Chancen. Und ja, das Glück auch entgegenkommen lassen. Das ist ein gutes Schlusswort. Robin, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch und dass du uns den Einblick hinter Kulissen von Nikin gegeben hast. Ich bin sicher, das inspiriert viele andere Startups dazu, ihren Weg zur Nachhaltigkeit oder mit Nachhaltigkeit zu finden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar, wir freuen uns über jedes Feedback. Das war es mit der ersten Staffel des SmartUp-Podcasts Idee Plan Action. Es hat riesig Spass gemacht, mit inspirierenden Gründerinnen und Gründern über die Soft-Factors des Unternehmens zu sprechen. Worum es in der nächsten Staffel von Idee Plan Action geht, das wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, bleiben wir auch darüber auf dem Laufenden. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Staffel von Idee Plan Action wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine erlebnisreiche Zeit. Unsere Podcast Idee Plan Action gibt es monatlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Weitere Infos findet ihr auf unserem Social-Media-Kanal und auf www.hslu.ch.smartup